Hallo! Heute kommt nur ein kleines Infovideo und zwar haben ich und Karlo vor kurzem die 10.000 Abonnenten erreicht, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Und aus dem Anlass machen wir ein Zuschauertreffen in Nürnberg am 21. Februar. Und wir treffen uns am Weißenturm, also an der U-Bahn-Haltestelle, an diesem Brunnen kurz davor. Falls ihr das jetzt nicht so schnell mitbekommen habt, es steht alles auch nochmal in der Infobox, also schaut da unbedingt vorbei. Und wenn ihr im Umkreis von Nürnberg wohnt oder sogar in Nürnberg, dann würden wir uns auf alle Fälle sehr freuen, wenn ihr kommen würdet. Und wenn ihr Karlo noch nicht kennt, sein Kanal ist auch in der Infobox, also schaut bei ihnen vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten normalen Video wieder. Tschüss! Tschüss!